Moin zusammen und willkommen zurück zu Gruden Sun. Yay, im letzten Part sind wir durch das Uohala-Tor gelatscht, haben den letzten Merkudgin eingesammelt und jetzt labern wir diesen toten Soldaten an. Hallo? 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 Hm, ja, man dreht den Knopf drüber. Mein Gott, er lebt! Der Venus-Leuchtturm wurde von merkwürdigen Leuten angegriffen. Er ist verschwunden. Er ist verschwunden. Uah, Panik! Eine Halluzination! Oh Gott! Ah, Mann, nee! Warum ist der verschwunden? Der ist doch... Ja, der ist tot. Deswegen ist er verschwunden. Okay. Ich hab jetzt Angst, ganz ehrlich. Okay. Hm, Venus-Leuchtturm. Hi. Der Venus-Leuchtturm wurde von merkwürdigen Leuten angegriffen. Er sagt genau das gleiche wie der Typ eben und ist auch verschwunden. Alle von Barbies Soldaten sind einmalige Kolosso-Gewinner. Wie konnten wir nur alle auf einmal geschlagen werden? Er ist nicht verschwunden. Oh, wie konnte die Sinnbarbare, du harmlose Gelehrter, angreifen? Keine Ahnung. Aber du bist auch nicht verschwunden. Sie sind schon zu Barbies Leuchtturm unterwegs. Okay, aber ich will erst mal hier gucken. Und was bist du? Jürgen sei froh. Der Eingang zum Venus-Leuchtturm steht offen. Nach Jahren des Studiums ist unser Traum wahr geworden. Wie haben sie die Tür zum Venus-Leuchtturm aufbekommen? So lange habe ich gewartet, um die Venus-Leuchtturm von ihnen zu sehen. Aber ich kann mich nicht mal bewegen, ohne schreckliche Schmerz zu erleiden. Dann bleibt lieber liegen und zuck nicht so viel rum. Jaden hat gesagt, sie sollen aufhören, aber sie hat uns trotzdem angegriffen. Wie böse muss man sein, um gegen Gelehrte zu kämpfen? Wir standen nicht im Weg. So einfach ist das. Hi. Jaden ging hinein, kam aber gleich wieder zurück und sagte, dies sei nicht der Eingang. Aber wir haben den Leuchtturm untersucht und keinen anderen Eingang gefunden. Okay. Oh, hi. Nachtmahre. Hm, schön. Ihr seht aus wie... Äh, okay. Ähm, bitte. Ja, ich weiß, wir sind hier völlig falsch, weil wir müssen nämlich natürlich erst mal zu Babys Leuchtturm. Aber ich hab gar keine Lust, hier durchzulaufen. Das ist mein Let's Play. Ich mach hier, was ich will. So. So. Au. Sokobus, so heißen die. Die sind mir grad nicht drauf gekommen, wie die aussehen. Sokobus. Aber Sokobus haben doch eigentlich Flügel, oder nicht? Hm. Egal. Boah, ich glaub, ich bin auch Sokobus ohne Flügel, ne? Es gibt, glaub ich, beides. Mit Flügel unter den Flügel. Und Geryl ist ein Soldat geworden. Wow. Uh, uh. Rätsel. Rätsel. Uh, bin falsch. Das war falsch. Da boingi, 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 boingi. So. Ruhe. Und eine Gluckskappe. Diese Gluckskappe. Äh, la, la, la. Natürlich Ivan. Ist doch logisch. Weil Ivan sonst so schnell abkackt. Oh, das möchte ich nicht. So. Nein, nein, nein. Au, mein Gott. So, dann jumpen wir mal ganz schnell zurück. Boingi, 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 so. Hm, ich komme hier irgendwie nicht weiter. War das wohl lieben, Mark? Vielleicht ein paar den beiden Zuckabus. Nachbarn. Zuckabus. Ah, mein Gott. So. Na, na, na. Hier. Friss den. Arm. Oh. Oh. Die steht voll auf Garrett, ey. Garrett lässt sie aber irgendwie nicht wirklich beeindrucken. Na gut, die Attacke ist ein bisschen gesund, ne? Aber... Solange keine Herzchen um ihn rumfliegen, ist mir alles egal. Das war die Mia. Mia kann ja gleich mal hier heilen. Dankeschön. Äh, wo kommen wir hier denn raus? Wo kommen wir hier raus? Daher, daher. Hi. Ich dachte mir, ich sollte etwas fausten, solange die Tür aufsteht. Während ich die Raumabprüfung habe, sind Crane und die anderen erschienen. Sie haben irgendetwas mit dieser Statue gemacht, das den Boden aufleuchten ließ. Ja. Ich weiß auch was. Deswegen müssen wir ja super bis Leuchtturm. Ah, dazu kommen wir noch. Hier, falls hier kommen wir nicht weiter. Ah, der Bier. Bam, bam. Bam. Schade. Schade. Alter, was wir Schaden nicht machen, ne? So. Sag, hier kommen wir nicht weiter. Weiter ist... Geht nicht. Hm, wir können diesen Block nicht weiter schieben, als bis hierher. So. Das wäre ja großartig, wenn wir den Block tragen und auf den Boden fallen lassen könnten. Ob unsere Psynergie hier weiterhilft? Ja, da waren auch Punkte. Das ist klar, dass es da nicht weitergeht. Soweit ich auch weiß, koche ich auch nicht weiter. Weil Tine Gliese funktioniert nicht bei Blöcken. Nur bei Steinen. Das macht Sinn. So. Ähm, ich will aber eigentlich ganz schnell hier verschwinden. Ja, bitte. Weil hier kommen wir ja wirklich noch nicht weiter. Isaac, du solltest uns eigentlich nur zum Ausgang des Venus-Leuchtturms teleportieren und nicht hierher. Gott. Dass dieser Weg vor dem Venus-Leuchtturm noch zum Leuchtturm dazugehört, das finde ich auch sehr interessant. So, dann gehen wir halt mal weiter. Weil Iotim ja unbedingt zu Barbies Leuchtturm will. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier schon mal falsch. Der ist nämlich da. Und hier ist ein Drecksaffe. Und der ist auch pink. Na, zumindest ist es kein Maulwurf. Der geht jetzt auch voll aufs Klemmbrett. Arm. Arm. Autsch. Arm. Tot. Noch mehr besiegte Soldaten aus. Toll, wie. Ist das auch ihr Werk? Das war schon, ne? Diese Stimme. Das ist Iotim. Du hast überlebt. Er ist ja nicht verschwunden. Ja. Wir müssen schwere Verluste hinnehmen. Habt ihr gegen eine Gruppe von sechs Personen gekämpft? Es waren sieben. Du hast auch überlebt. Es waren sieben. Ist das die gleiche Gruppe, der wir von vorhin gefolgt sind? Da bin ich mir sicher, eine von ihnen muss Cosma gewesen sein. Cosma, sagst du? Ist das wahr? Crane, der Gelernte, hat sie beschützt. Ich bin mir sicher, es war Cosma. Was ist Gott, Isaac? Was wollen sie von Cosma? Cosma, sie alle. Als sie mit uns fertig waren, gingen sie zu Barbies Leuchtturm. Was glauben sie, in Barbies Leuchtturm zu finden? Wir sprachen von den Ruinen unter dem Leuchtturm. Ruinen? Natürlich, das Fundament des Leuchtturms. Und Farhan, der Meister aus Laliberu, ist ihnen zu den Ruinen gefolgt. Ich verstehe. Also auch Farhan. Isaac, wir müssen auch zu Barbies Leuchtturm gehen. Ich weiß. Machst du dir Gedanken wegen dieser Soldaten? Wir sind in Ordnung. Wir müssen schnell zum Leuchtturm. Ihr müsst schnell zum Beispiel. Genau, ihr geht jetzt ganz schnell zum Leuchtturm. Der Leuchtturm, Cosma, wenn alles, was geschieht. Beilt euch. Selbst die Daten, wir stehen rauf. Komm schon, Isaac. Wir müssen noch zum Leuchtturm wohnen. Barbies Leuchtturm, da müssen wir gleich stehen. Das erzählt er uns die ganze Zeit. Das ist mir jetzt nichts Neues. Gut, so ist es in Laliberu. In Laliberu gibt es auch was Schönes, was ich haben möchte. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Hi, hallo, Hausfriedensbruch. Ja, zeigt mich doch an. Ihr kennt mich doch eh nicht. Ich steige euch aufs Dach. Und wieder runter. Weil ich komischerweise vor der Leiter stehen leid. Gut, jetzt renne ich hier rum. Weil ich kann. So, la 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 la. Da ist nämlich eine Truppe. Und die hätte ich gern. Da ist nämlich ein Kriegerhelm drin. Und dieser Kriegerhelm macht voll viel Verteidigung. Und den Krieg. Isaac! Oh. Isaac! So. Nein. Äh. 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 So. So. Gehen wir nochmal hier zurück. Todelofte. Dass die Musik immer so traurig sein muss. Ich muss gleich heulen. So. Was stell mir jetzt Blödes an? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht holen wir uns den Schind da oben. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken, wie ich da hinkomme. Ähm. Pff. Äh. Geh weg. Da müsste ich dann eigentlich von da hinkommen. Denk ich mal. Geh weg. Ich muss den Gin haben. Ich brauch den... Sorry, ich komm nicht gleich. Ich brauch den Gin. Weil... Weil er da ist. So. Äh. Nein. Das war falsch. Es sah aber richtig aus. Bloß die Höhe stimmte nicht ganz. So. Dann hier rüber. Und dann da rüber. Und dann jump. Und dann da die Rang hoch. Da die Rang hoch. Genau. Und dann sagen wir hi. Äh. Hi. Und dann kommt er einfach mit. Und da haben wir Fackel. Fackel macht. Schaden. Bitteschön. Durchdringend abwehren mit Schmelzeingriff. Da wabelt dann später schön der Bildschirm. Das sieht immer toll aus. Und somit haben wir auch eine Merkur-Gins. Woohoo. Fehlen dann also nur noch zwei. Das ist natürlich wunderschön. So. Und dann gehen wir ganz schnell den Weg zurück. Und gehen endlich zu Barbies Leuchte, wo Iodem einfach unbedingt hin will. Und mich da jetzt schon die ganze Zeit mit nervt. Ja. Gott. Aber erst mal Shopping. Beziehungsweise verkaufen. Sollte auch beide gleichzeitig verkaufen. Den kann ich leider immer noch nicht verkaufen. So. Die Nuss noch weg. Danke. Einen vollen Helm weg. Den kann ich nicht verkaufen. Ich will alles verkaufen, was ich verkaufen kann. Hehehe. So. Große Schwert. Nur. Meister Rapier. Nee. Ich gebe Ivan kein Schwert. Das sieht im Dingensbumsen total scheiße aus. So. Silberklinger. Kriegt Garret. Ganz einfach. Ja. Ich gebe mein Spielerticket. Das liegt auf den Garret. Spielsüchtig Garret. Flingschwert. Nein. Da ist der Psynergie stark. Und da ist der Kristall stark. Warum ich Isaac noch kein neues Schwertgeber hat? Einen ganz besonderen Grund, weil wir innerhalb der nächsten Parts ein ganz schönes Schwert kriegen werden. Was natürlich da ist, dann kriege ich das Schwert. Oh. Nummer uno. Der hat geilste Schwert aus dem ganzen Spiel. Wo ich immer ein schön nachgeifere. So. Eine Stahlrüstung. Weil nichts geht ohne dieses Schwert. Und wenn ich dieses Schwert nicht kriege, werde ich echt unangenehm. Es ist nicht schwer an das Schwert heranzukommen. Aber es ist an einer blöden Stelle, wo man echt ein bisschen Kontrolle über seinen Kontrolle haben sollte. Nein, 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 nein. Warum kaufe ich den jetzt nochmal? Egal. Es könnte ein bisschen nervenzereifen werden, dieses Schwert zu kriegen. Aber nichts ist gerade einfach. So. Platin rein. So. So. Jetzt verkaufen wir nochmal irgendeinen blöden Stahlhelm, den ich aus Versehen gekauft habe. Oder Ritterhelm. Und dann gehen wir jetzt mal zu Babis Leuchtturm, wo ihr und dem unbedingt jetzt noch hinwill. Ah. Du stehst den Weg. Und Schluss. Und wir gehen zu Babis Leuchtturm. So, wir sind da. Iodem ist glücklich. Und das ist im nächsten Part. Also, das ziehen wir uns hier ein bisschen um, ne? Ja, würde ich so sagen, ja. Ja. Und mal schauen, was Iodem hier noch so alles erzählt. Und wie oft er im nächsten Part Cosma sagt. Cosma, 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 Cosma. Wer ist diese Cosma eigentlich? Dass die so toll ist. Und sich alle Sorgen, was sie machen, ey. Ey. Voll ätzend. Cosma, Cosma.